Es waren einmal ein paar Wassertropfen im weiten Meer. Wow, mir ist langweilig. Immer dasselbe. Jeden Tag das Gleiche, Mann. Was meint ihr, wie wär's mit einem spannenden Abenteuer? Ach, ich weiß nicht. Doch, das ist toll. Ja, das macht bestimmt Spaß. Ja, klasse, lasst uns los. Ja. Jippie. Oh, wir verdunsten und fliegen immer höher. Haltet euch an den Händen. Näher zusammen. Genau so. Jetzt seid ihr Wolken. Hallo, Wolken. Ich bin der Wind. Und ich puste euch übers Land. Und los geht's. Was ist los? Warum haltet ihr an? Oh, schaut mal da. Was ist das denn? Was haben die denn? Oh, die armen Tiere und Pflanzen. Guck mal. Der Boden. Der ist ganz trocken. Sie haben kein Wasser. Oh Gott, die Ärmsten. Was machen wir jetzt? Wir müssen ihnen unbedingt helfen. Yippie. Ja. Juhu. Wir regnen wieder auf die Erde. Nicht alle Tropfen erreichen den Boden. Manche bleiben in den Blättern hängen. Andere versickern im Boden und versorgen die Wurzeln der Pflanzen mit Wasser. Die restlichen Tropfen versickern immer tiefer im Boden und es wird immer dunkler. Warum ist hier kein Licht? Boah, ist das dunkel hier. Total gruselig. Wir sind im Grundwasser. Knipst eure Stirnlampen an. Was für ein super cooles Abenteuer. Die Tropfen kommen an einem Brunnen vorbei. Einige von ihnen werden zum Trinken nach oben gezogen, denn unser Trinkwasser wird aus dem Grundwasser entnommen. Das Grundwasser fließt durch den Untergrund und kommt an Quellen wieder an die Oberfläche. So fließt es in Bäche und Flüsse. Hallo Fisch. Wir sind auf einer Reise im Wasserkreislauf. Mann, das hat ganz schön lange gedauert, bis wir hier angekommen sind. Woher kommt denn dieser Krach? Was ist hier los? Irgendwie vibriert das Wasser. Ah, das ist ein Wasserkreislaufwerk. Damit kann man Stroh produzieren. Das ist ja nützlich. Einige Zeit später. Hä? Warum schmeckt das Wasser so salzig hier? Schmeckt dir das auch? Ja, wie seltsam. Klar, wir sind wieder zurück im Meer. Hallo Leute, wir sind wieder da. Wir haben total viel erlebt. Ein echtes Abenteuer. Erzählt, hat euch die Reise im Wasserkreislauf gefallen? Ja! Aber ja! Hey, wollt ihr sie noch einmal machen? Ja! Ja! A-Boo! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018